Hallo ihr Lieben, jetzt sage ich doch mal einige Sachen zu Peter Thiel. Wer den Mann nicht kennt, es ist der wahrscheinlich ideologisch wirksamste Mensch derzeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt starke Indizien, ich denke hinreichende Indizien dazu, dass auch Peter Thiel der Mann hinter J.D. Wance ist, also der jetzt Running Mate, also zukünftiger Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist. Über Peter Thiel gibt es viel, was schon geschrieben und gesagt worden ist. Ich werde nur kurz ein bisschen kommentieren, was Wikipedia zusammengeschustet hat über seine Ideologie. Weil da sozusagen das eine ist so, dass an der Oberfläche wahrzunehmen, das andere ist, das einzuordnen und in der Tiefe zu verstehen. Und dazu möchte ich gerne einen Beitrag leisten. Ich lese mal vor, was Wikipedia zur Ideologie von Peter Thiel schreibt. Wie gesagt, der Mann hinter J.D. Wance. Warum man das sagen kann, der Mann hinter J.D. Wance, werde ich auch noch verlinken. Also, Thiel bekennt sich zum Libertarismus, einer politischen Philosophie, die persönliche Freiheit über staatlichen Einfluss stellt. Weil dann gefragt ist, was ist da so frei an dieser persönlichen Freiheit, das werden wir gleich noch sehen. Während er gleichzeitig die Politik des Freimarktes ablehnt, da werden jetzt die Ersten mit den Ohren schlackern, ein Libertärer, der die Politik des Freimarktes ablehnt. Das ist doch neu. Nein, so neu ist es gar nicht. Es wirkt nur neu, wenn man halt nur die Oberfläche des Neoliberalismus kauft und ihn nicht in der Tiefe versteht. Aber das kommt auch gleich noch. Also nochmal. Thiel bekennt sich zum Libertarismus, einer politischen Philosophie, die persönliche Freiheit über staatlichen Einfluss stellt. Während er gleichzeitig die Politik des Freimarktes ablehnt, da freier Wettbewerb Profite senke. Da hat er was. Da sagt er was. Sehr schön. Wettbewerb sei, Zitat, eine Ideologie, die unsere Gesellschaft pervertiert und unser Denken zerstört. Freiheit und Demokratie hält Thiel für unvereinbar. Nochmal der Satz. Freiheit und Demokratie hält Thiel für unvereinbar. Also Thiel hält das, was Freiheit überhaupt erst bringt, Demokratie für das, was der Freiheit entgegensteht. So ist diese Denke. Wettbewerb sei etwas für Verlierer, Loser, weshalb er Firmengründern rät, durch innovative Technologien Monopole aufzubauen, die er entgegen der klassischen Sichtweise als Fortschrittsmotoren propagiert. Dabei unterscheidet er zwischen kreativen Monopolen und illegalen Tyrannen oder Lieblingen der Regierung, die keine Monopolrenten verdient hätten. Wobei man dann immer fragen muss, wer entscheidet das denn? Wer entscheidet, wann es ein kreatives Monopol ist oder eine illegale Tyrannei, wenn nicht wieder selbst wiederum ein Tyrann? Wahrscheinlich Peter Thiel selber. Da haben wir dann einen großen Meta-Herrscher, der entscheidet, was ein kreatives Monopol und was eine illegale Tyrannei ist. Also ein Tyrann, der darüber entscheidet, was eine Tyrannei ist. Was da rauskommt, können wir sehr, sehr sicher vorhersagen. Seine Thesen wirken als intellektuelle Rückendeckung für Technologiekonzerne, also vom Typ Google, vom Typ Meta, vom Typ und so weiter Amazon, die eine dominante marktbeherrschende Stellung anstreben oder haben, indem sie Konkurrenten kaufen oder vernichten. Ich war zum Beispiel mal Teil des Microsoft-Konzerns. Genau so ist Microsoft vorgegangen. Also kreative Mitbewerber wurden immer aufgekauft, wenn das möglich war, und dann einverleibt und dann wurden die produktive Technik abgegriffen und dann wurden die Leute entlassen, nachdem man sie ausgesaugt hatte. Ich war Teil von so Kündigungsprozessen, wo man das gerade geschehen ist. Also die Firma aufgekauft, Technologie geraubt letztlich über den Kauf, wenn man das so sagen will. Nachdem das gelaufen war, sind die Leute entlassen worden. Da war ich unmittelbar ganz nah dran an dieser Praxis. Dies gilt insbesondere für die Gedankenwelt des Silicon Valley, die Thiel und seine Ideen entscheidend geprägt hat. Hierzu zählt auch die von ihm gelobte Praxis, Behörden gegenüber zu lügen, um sich deren Einfluss zu entziehen, da aus seiner Sicht Firmen über Staaten stünden. Und dieses Firmen über Staaten ist sehr interessant, weil es nicht gegen das steht, was wir haben, sondern die logische Konsequenz ist. Warum ist es die logische Konsequenz aus dem Status Quo? Wir leben nach meiner Deutung in einer völlig apolitischen, vorpolitischen oder wenn nicht sogar antipolitischen Gesellschaft, die einer privatistischen Ideologie folgt. Jeder lebt so sein Leben und irgendwie geht es dann gut. Politik oder einen starken Staat braucht man nicht so richtig. Das ist auch jetzt schon der Fall. Und auch nicht erst, seitdem es so etwas gibt wie Neoliberalismus. Das ist sozusagen ganz altes Zeug. Jetzt sind Firmen und gerade so Metafirmen, so richtig große Firmen, Konzerne, die größten sozialen Entitäten, die sich überhaupt bilden lassen auf privater Basis. Und da ja es irgendein Ordnungsprinzip in der Gesellschaft braucht, wird praktisch aus Verlegenheit, wenn man jetzt also wie das Thiel offensiv tut, den Staat absägt, wird sozusagen zur nächstgrößeren Entität, nämlich zur Firma, zum Unternehmen gegriffen. Das ist dann eine Welt, wie wir sie aus vielen Science-Fiction-Dystopien kennen. Also ich weiß nicht, da kann man eigentlich irgendeine Gedankenwelt nehmen. Mir sind ganz viele bekannt, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan. Wo es dann so ist, dass Konzerne eigentlich Staaten ersetzt haben. Du hast dann Konzerne und du bist eigentlich auch nur safe. Also zum Beispiel die Shadowrun-Welt wäre so eine. Ja, sowas. Oder die Battletech, Battlemag oder ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Da ist das im Grunde auch so. Ja, also es sind also letztlich dann Konzerne, die Staaten ersetzen und diese Konzerne sind alle, und das kommt ja auch gleich, durch und durch autoritär, durch und durch tyrannisch-diktatorisch geführt und organisiert. Und das ist in also vielen Dystopien, in vielen Science-Fiction-Szenarien, Romanwelten, Filmwelten ist das genau so. Das ist die Welt, die Thiel offensiv vertritt und zur Realisierung bringen will. Unternehmen würden, das ist sein Argument, besser geführt als Regierungen, weil an ihrer Spitze ein alleiniger Entscheider mit quasi-diktatorischer Vollmacht steht, der keiner demokratischen Legitimation bedarf. Darf ich dazu kurz was sagen? Mir sind solche Entitäten bekannt in der Wirklichkeit, wo zum Beispiel der Chef Probleme hat, es überhaupt durchzukriegen, welches Essen in der Firmenkantine produziert wird oder angeboten wird. Also zu glauben, dass diktatorische Systeme es ganz leicht haben, ist eine sehr naive Sicht auf diktatorische Systeme. Ja, also eine sehr, ja, ich würde fast sagen, idealistische Sicht auf Diktatur. Ja, also in der Realität von Diktaturen und alle, fast alle heutigen Firmen sind Diktaturen. Faktisch, wir nennen sie nicht so, aber das ist, was sie sind. Rein analytisch betrachtet, Top-Down, Obersticht unter, klassische Weisungsbefugnisse und der ganze Mist, das ist Diktatur. Oder Autoritärerrschaft haben tausenderlei Probleme, die man in jedem größeren Konzern begutachten, erleben und erleiden kann. Und das ist also das Ideal von Thielse. Gut geführt, ja, Firmen sind gut geführt. Ich weiß nicht, was so ein Siemensianer nach 30, 40 Jahren darüber sagt, beziehungsweise ich weiß es sehr genau, weil ich habe mit sehr vielen Siemensianern da gesessen und habe mit ihnen darüber geredet, gerade frisch nach ihrer Kündigung. Die hatten lustige Dinge zu erzählen. Und so in fast jedem Konzern. Eigentlich in jedem. Aus ähnlichen Gründen, so, also nochmal der Satz. Also Thiels Ansicht ist, Unternehmen werden besser geführt als Regierungen, weil an ihrer Spitze ein alleiniger Entscheider mit quasi-diktatorischer Vollmacht steht, der keiner demokratischen Legitimation bedarf. Aus ähnlichen Gründen sieht er das Frauenwahlrecht kritisch, obwohl man es seiner Einschätzung nach nicht abschaffen sollte. Beteiligung von Frauen sei, wie Wahlen und demokratische Partizipation überhaupt, kein erfolgsversprechender Weg zur Steuerung einer freien Gesellschaft. Ha, ha, ha. Ja, wir haben, also das ist sehr typisch für die heutige Zeit. Wir haben also Leute, die offensiv, Tyrannei und autoritäre Herrschaft predigen und auch wirklich in der Realität zur Entstehung und zur Erhaltung bringen, die aber ernsthaft wirklich glauben, und das kaufe ich, dass sie das selber glauben, und glauben, dass sie Anwälte der Freiheit sind. Also das muss man, diese kognitive Dissonanz muss man erstmal hinkriegen, wird aber heute regelmäßig hingebracht. Also wir haben ganz viele Tyrannen, Möchtegern-Tyrannen und reale Freiheiten, die glauben ernsthaft, dass sie Verteidiger der Freiheit sind. Ja, da soweit ist es gekommen. Und das ist kein seltenes Phänomen oder ein Ausnahmephänomen, es ist heute fast ein regelhaftes Phänomen. Es gibt ganz viele Tyranneien, die selber glauben, Anwälte der Freiheit oder Verteidiger der Freiheit zu sein. Thiel werden Kontakte zur nähereaktionären Bewegung, NRX, und deren geistigen Vordenker Curtis Jarwin nachgesagt. So investierte Thiel in dessen dezentralisierte Server-Computer-Plattform Urbit, wahrscheinlich Urbit, geschrieben. Jarwin hatte sich auf seinem privaten Blog für die Abschaffung der Demokratie und ihre Ersetzung durch als private Aktiengesellschaften geführte, absolutistische und quasi-monachistische Regime ausgesprochen. Gut, das ist der Mann hinter J.D. Vance. Soll ich auch noch vorlesen, warum es der Mann hinter J.D. Vance ist? Vielleicht ganz kurz. Also, nach seinem Jurastudium, jetzt sind wir bei J.D. Vance, arbeitete J.D. Vance zunächst für die multinationale Anwaltskanzlei Sydney Austin LLP. 2016 folgte eine Anstellung in einer Inter-Investment-Firma in San Francisco, die zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von Peter Thiel gegründet wurde. Von 2016 bis 2017 war er Geschäftsführer von Thiels Firma Mithril Capital. 2017 wechselte Vance als Investmentpartner zu der von Steve Case gegründeten Investmentfirma Revolution LLC. Dort wurde Vance mit der Ausweitung der Initiative Rise of the Rest beauftragt, die sich auf wachsende Investitionen in unterfinanzierten Regionen außerhalb der Technologie-Blasen Silicon Valley und New York City konzentrierte. Das ist überraschend und interessant. 2019 gründete Vance Naya Capital mit finanzieller Unterstützung von Thiel, Eric Schmidt und Marc Andreessen. 2020 sammelte er 93 Millionen Dollar für das Unternehmen ein. Zusammen mit Thiel und dem ehemaligen Trump-Berater Darren Blanton hat Vance in die kanadische Online-Videoplattform Rumble investiert, die bei der politischen Rechten sehr beliebt ist. So, das ist die Vernetzung mit Thiel, wenn man das nicht glauben mag. So, so viel dazu. Also, das ist die Welt, auf die wir zusteuern. Eine sehr, sehr tyrannische, diktatorische Welt. Und ihr Argument ist, das, was wir haben, also dieses Parteienspiel-System funktioniert nicht. Das ist ihr Argument, ja. Und da dieses Parteienspiel, das wir gerade spielen, tatsächlich nicht funktioniert, haben diese Leute sehr große Chancen, dass ihr Projekt nicht scheitert, sondern gelingt. Also, Thiel oder Leute vom Typ Thiel, ja, also auch wenn Peter Thiel morgen stirbt, werden erfolgreich sein. Das ist eben kein Personenproblem, es ist auch das ein Systemproblem. Diese Ideologie, die Ideologie des Privatismus oder eben Firmen sind besser als Staaten, ja, also diese Firmen über Staaten, ist die Ideologie der Stunde, die wahrscheinlich Erfolg haben wird, und zwar personenunabhängig, ja. Auch wenn Peter Thiel morgen einen Unfall hat, wird diese Ideologie sich trotzdem durchsetzen. Und, ja, das ist halt die logische Konsequenz eines dysfunktionalen Systems, in dem wir sind. Und solange wir das nicht anerkennen, werden wir keinen Schritt weiterkommen. Es gibt natürlich eine Alternative zu diesem autoritären, weiß ich gar nicht, wie der das nennen soll, Unternehmertum, diktatorischem Unternehmertum, Firmen übernehmen, wo Staaten fallen, ja. Natürlich gibt es eine Alternative, weil diese Alternative ist konsequente Demokratisierung, etwas, was die Moderne nicht mal ansatzweise begonnen hat. Also, wir stehen da, wir haben nicht ein bisschen angefangen zu demokratisieren, sondern gar nicht. Und das Resultat ist genau, dass solche Ideologien entstehen, die sagen, es funktioniert ja nicht. Firmen werden ja besser geführt, also lasst es so und so machen, wie es in Firmen gemacht haben. Und diese Firmen sind alle Diktaturen, ja. Also, was wir kriegen werden, ist Diktatur. Sehr wahrscheinlich von rechts. Von rechtslibertären. Das ist die Zukunft. Meine lieben Freunde. Ceterum censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie, gelost werden muss. Das ist das ist die Z März. Und jetzt gehen Sie, der Antwein. Und dann gehen Sie, Wir laufen uns eigentlich bezunehmen. Wir machen wirklich eine Bemerkende… Untertitelung des ZDF, 2020